Cheers. Cheers. Willst du auch runterfallen? Hier sind links, rechts. Links. Geh nicht so gebeugt. Ist schlecht für den Rücken. Ich muss verwirklich nicht mehr gespielt. Kannst du nichts mehr machen? Mr. Krabs? Kannst du nichts mehr machen mit deinen Armen? Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu... rück zu Gorn. Ich habe es im Dezember mal gebracht und das kam ziemlich gut an und seitdem bekomme ich immer mal wieder die Frage hey, spielst du mal wieder Gorn? Es soll ziemlich viel rausgekommen sein zu Gorn. Wir haben uns ja bei der alten Folge ein bisschen durch den Boden cheaten müssen, weil das noch nicht ging und hatten hier Custom gemacht. Aber ich habe gehört, dass es auch ganz viele neue Gegner geben soll wie eine Krabbe, eine Riesenkrabbe. Mittlerweile haben wir Tier 1 Tier 1, 2, 3. Ich denke mal, das ist dann immer die Schwierigkeit. Und ich denke mal, ich komme nicht höher. Ich komme nicht höher. Hallo? Blademaster? Also natürlich komme ich höher. Ich hatte die Sachen schon gemacht. Das wurde anscheinend zurückgesetzt, dadurch, dass es Updates gab. Deswegen cheate ich mich mal ein bisschen durch. Weil Goliath kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Das sind die Tier 2. Und was ist... Oh, Gigant. Die Krabbe, von der ich geredet habe. Und vielleicht kommt da noch irgendwas. Und natürlich, da wir nicht cheaten wollen, natürlich wollen wir cheaten. Ähm, auch wenn es hier ein bisschen dunkler ist, fangen wir hier erstmal an. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, mit... ...Rate Master anfangen. Ich salutiere dir. Komm her. Au. Komm her, ich muss dich umbringen, bevor ich sterbe. Okay. 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 Und... Tschüss. Hey, du hast einen Stab. Wie bist du runtergefallen? Wie zur Hölle bist du runtergefallen? Mal schauen, ob ich ein guter Bogenschütze bin. Ich bin Legolas Fuh. Und du wirst hier nicht vorbeikommen. Wir gehen jetzt zu Goliath. Ich hab'n Hammer. Ich hab'n Hammer. Ich hab'n Hammer hoch und salute uns. Ja, ich salute. Wow, wow. Mal schauen, ob ich den Side-Hammer machen kann. Side-Hammer. Toll. Der ist gut geflogen. Also, vielleicht geht das doch. Ich fliege, lass' den mal fliegen. Oder auch nicht. Nee, ich hab'n gesagt, du darfst nicht fliegen. Aber nur dafür. Hey, Pummel. Ich bin Side-Hammer. Side-Hammer kommt zu dich. Ohohohoho. Der Hammer ist überhaupt nicht okay. Ich liebe Side-Hammer. Ich glaub', der hat sich immer einen Hammer verfangen. Komm her. Go, bevor du verschwindest. Bye. Bye. Die Waffe würde ich gerne haben. Ah. 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 Nein, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah. Oh nein. Was passiert dann? Ahaha. Ähm. Okay. Ich salutiere mit meinen... Hab' ich meine Hände in Metall eingefügt? Oh mein Gott. Ich will die Waffe haben. Die Eisenfaust. Von Avenger. Kannst du aufhören damit? Der will nicht. Definitiv nicht. Und sonst ist, wenn ich mich ein bisschen kleiner mache. Und nach oben schieße. Oh. Ich bin klein, aber hoch. Soll ich dir das mal zeigen? Oh. Ah. Nein. Der ist nicht schnell genug gestorben. Diesmal wird nicht mehr gespielt. What the fuck. Oh. Ähm. Huch. Es hat gefunktioniert. Ich weiß zwar nicht wie, aber es ist ja egal. Hm? Ohohohohohoho. Hallo? Hallo? War das nicht gedacht, dass jemand aus der Map ins... ...ins... ...in Horizont fliegt? Nein, du lebst noch! Komm mal, willst du wieder reingehen? Ich hab den Kopf wieder. Okay, und wie viele Gegner kommen da jetzt genau? Das sind ja keine Gegner. Das sind ja einfach nur... ...Tote! Ich würde das nicht Gegner nennen. Hm? König? Was sagst du? Nein, 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 mit Geiger! Du hast eine Tod von meinem stärksten Champion gewonnen. Oh. Ich muss sie immer machen. FGS Team! Huia! Was bist du denn für jemanden? Nein! Hä? War das doch eine... ...irgendwie in der... ...Special-Attacke, die ich nicht verstanden habe? Spin to win it! Ich bin doch hier nicht in League of Legends! Standen? Standen? Wir werden auf jeden Fall noch in die Crap-Ride schauen. Und falls ihr mehr sehen wollt, wie ich die anderen Level noch mache... ...oder hier ein bisschen rumspiele... ...könnt ihr es gerne sagen. Einfach in die Kommentare schreiben und los! Oh! Man kann hier runterfallen! Du kannst nicht groß sein, wenn du tot bist! Danke, König, für diese gute Aussage! Hint er abzititator! Ich will irgendwie hier kämpfen. Kriege ich dich runter? Den ersten! Du hast keine Chance, Darth Raider! Du, 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 du! Oh Gott! Ah, stirb! Boi! Boi! Habe ich das Spiel ausgetrickst? Hast du noch eine Frage? Komm her! Ich mache deine Rüstung kaputt! Und schubst du dich hier runter, wenn du nicht freiwillig gehen willst! Okay! Okay! Cheers! Cheers! Habe ich dir erlaubt, hier oben zu bleiben? Hä? Willst du auch runterfallen? Hier sind links, rechts... Links! Jetzt geh rüber! Geh nicht so gebeugt! Ist schlecht für den Rücken! Cheers, Lad! Die Waffe ist voll stark! Tschüss! Äh... Geh, da runter! Geh mal runter! Danke! Oh! Ich bin Wolverine! Seid ihr euch sicher, dass ihr gegen Wolverine kämpfen wollt? Ja! Sane! Der... Knob da ist was falsch! Bye, bye! Nein, die Waffe! Ah! Geh wie erst runterfallen, weil ich hier hingehe! Ähm... Kannst du nicht? Kannst du nicht? Das nenne ich Friendly Fire! Du bist kein guter Partner! Wow! Bye! Geh mal runter! Und du? Du gehst auch runter! Wie jeder normale Mensch von... euch! Ha! Ihr seid doch keine Gegner hier! Resilient! Yet it's still isn't over! Und... Ein für dich! Komm! Und... Oh! Komm, du schaffst das! Na, geh da hin! Oh! Wunderschöne Teamarbeit! Alter, high five! Serious, dass ich keine Waffe bekomme? Ähm... Ich finde, dass das in Gefahr ist... Komm her! Ich will dich anfassen! Ey! Hey! Komm her! Hui! Ich will dich nicht anfassen! Oh! Kannst du nichts mehr machen? Mr. Krabs? Kannst du nichts mehr machen mit deinem Arm? Hm? Werde ich eben dir die zweite Schere noch auseinanderreißen und dabei sterben, weil du mich getroffen hast? Komm her! Bist du tot? 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 Bist du tot? Hallo? Krabbe? Willst du mal ruhig sein? Die ist tot! Wow, wow, wow! Das war's mit Gorn! Falls ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sie hilft mir sehr und dauert nur zwei Sekunden. Und damit zeigt ihr mir, dass ihr mehr wollt. Falls es gut genug ankommt, werde ich das relativ schnell machen. Und sonst irgendwann einfach mal. Vielleicht bekommen bis dahin ja noch andere Updates hin. Wenn ihr jetzt die letzte Folge von Gorn sehen wollt, ist links das Video, rechts ist mein letztes. Und in der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.